Hi, ich bin Nero. Bei Passegal-Wahl von SOS Mitmensch dürfen alle, unabhängig von ihrer Stadtbürgerschaften, ihre Stimme abgeben. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Du kannst deine Stimme bei der Passegal-Wahl ganz gemütlich von zu Hause abgeben, nämlich per Briefwahl. Dafür zunächst den Stimm- und Identifikationszettel von der Homepage herunterladen, ausdrücken und auseinanderschneiden. Dann den Stimmzettel und den Identifikationszettel jeweils ausfüllen. Danach nur den ausgefüllten Stimmzettel in ein kleines Kuvert stecken und verschließen. Das verschlossene kleine Kuvert in ein grösseres Kuvert geben und den ausgefüllten Identifikationszettel dazugeben. Zum Schluss das große Kuvert verschließen und an SOS Mitmensch schicken. Setze auch du ein Zeichen für eine inklusivere Demokratie.